Hallo, es ist Ash von Ash5 und mir ist gerade irgendwie richtig langweilig. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist hier halt auch niemand im Haus gerade. Und ich weiß, was ich mache. Ich frage Marvin, ob er hier hinkommen möchte, also zu uns. Brauchen wir noch eine Webcam und dann können wir zum Mediamarkt gehen oder Medimax. Und dann können wir eine Webcam kaufen, weil ich möchte ein Live-School machen, wo ich die Fidget-Tubes verlos. Ich muss Marvin Flock nochmal anrufen. Bei mir geht's gut und ich wollte fragen, ob du hier zu mir kommen kannst. Also dann, ja dann bis gleich. Ciao. Ich warte jetzt einfach mal auf Marvin. Da ist er schon. Jo, hi. Jo, wie geht's? Gut. Marvin ist jetzt auch da. Jo, Peace, was geht's? Alles klar bei euch? Du hast hier auch eine Playstation dabei? Ja, die habe ich extra mitgebracht. Ihr könnt diese Playstation gewinnen, Freunde. Wir werden die verlosen. Und zwar der liebe EchtSo, Ash und Maren Vlog, also ich. Und zwar die ist noch nagelneu unbenutzt. Also da könnt ihr dann FIFA oder so drauf spielen. Und zwar alles, was ihr dafür tun müsst, ist... Einen Kanal abonnieren. Genau, meinen Kanal abonnieren. EchtSo abonnieren. Und Ash abonnieren. Ja. Alle Kanäle findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und natürlich noch ein Like dalassen bei jedem Video. Und einen Kommentar schreiben, warum gerade ihr die Playstation gewinnen sollt. Das Gewinnspiel geht bis zum 9.11. Jo, bis zum 9.11.2018. Ne, 17. 17. Hä? Ist jemand noch 17? Ja, ja. Achso, 17, ja. Okay, wollen wir die mal hier auf den Tisch stellen? Ja. Guck mal, hier ist sie. Hier das nagelneue Stück hier. Und also man kann da drauf ganz viele Spiele spielen. Und Filme gucken, einen Terabyte hat die Kopfhörer, Kontrolle, alles ist dabei. Jo, Freunde, und ich würde sagen, der Ash und ich, wir fahren jetzt mit meinem Auto mal eine Runde weg, ne? Ja. Hast du Lust? Mhm. Zum Mediamarkt, weil ich hab ja schon gesagt, ich brauch eine Webcam. Genau. Und dann können wir auch noch schön Livestreams machen, ne? Dann kann der Ash immer sich zeigen. Du hast ja schon Livestreams auf Instagram gemacht. Mhm. Dann könnt ihr dem Ash auch folgen. Wie heißt du da? Ash.Kiel. Also checkt es auf jeden Fall ab. Ja. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt los. Also let's go. Ja. Und welchen nehmen wir jetzt? Ich weiß nicht genau. Das sind 120 Pekern, die wir aufnehmen. Ich würde sagen, wir gucken mal weiter, oder? Hauptgewendetum. Jo, wir sind jetzt hier. Da hab ich einen Lolli gewonnen. Und Marvin einen 10 Euro, ähm... Gutschein. Gutschein. Und wir haben jetzt hier noch jetzt eine Webcam hier. Genau, wir haben jetzt uns überlegt, dass wir die nehmen. Wir haben hier, können wir eben zeigen. Hier gibt's viele, die wir uns angeguckt haben. Und die hier ist denn am besten. Die haben uns für die hier entschieden, weil die hab ich auch. Und die hat Marvin floggt auch. Genau. Und wenn er sie hat, dann ist sie gut. Ja. Das war mein Video. Hier in der Mitte gibt's hier mein Kanal. Und was machen wir heute Abend noch? Wir haben jetzt bereits noch zwei weitere Videos, die ihr euch auch anschauen könnt. Und wir würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschau. Und ich darf ruhig noch Minecraft spielen. Und dann würde ich sagen, das war mein Video. Hier in der Mitte kommt hier meinen Kanal. Abonnieren. Links und rechts noch zwei weitere Videos, die ihr euch auch anschauen könnt. Und dann würde ich sagen, das war mein Video. Bis zum nächsten Mal. Und tschau. Bis nach oben. Tschüss. 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 Musik Jo, was geht? Abonniert alle Maren, vlogt, bester YouTube-Kanal, checkt mich auf Instagram, Maren-vloggt.